Ich gehe eigentlich in die HAC, weil ich eine wirtschaftliche Ausbildung wollte. Und die bekommt man am besten in der HAC, einerseits und andererseits auch in der IBC, wo es die Möglichkeit gibt, dass man ein Auslandssemester machen kann. Und das hat mich sehr angesprochen. Also das Lehrer-Schüler-Verhältnis an dieser Schule ist außerordentlich gut, muss ich sagen. Ich habe eigentlich keine Probleme mit irgendwelchen Lehrern, sondern verstehe mich wirklich gut mit Lehrern. Man macht auch außerschulisch, trifft man sich mit Lehrern, geht gemeinsam fort. Das macht man auch in der HAC, unter anderem. Es ist halt eine sehr persönliche Beziehung und man versteht sich gut. Also ich habe mich für ein Auslandssemester entschieden, weil es natürlich eine tolle persönliche Erfahrung ist, wenn man mal ein halbes Jahr in einem anderen Land lebt. Es sind unbeschreibliche Erfahrungen, die man dort macht, Freundschaften, die man schließen kann. Und es ist auch sehr eine Erweiterung für das spätere Leben. Also ich habe ein Auslandssemester in Louisiana, in den Vereinigten Staaten von Amerika verbracht. Das war natürlich eine sehr tolle Erfahrung, weil das Leben dort ziemlich, also nicht sehr ähnlich mit dem Leben in Österreich ist, sondern sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt eine ganz eigene Kultur, eine eigene Küche, die Leute sind anders, aber auch natürlich sehr nett, muss man natürlich sagen. Also es hat mich insofern weitergebracht, dass ich an meinem kulturellen Horizont sehr weit habe. Ich habe natürlich auch viele Freundschaften geschlossen und auch natürlich die sprachlichen Kenntnisse haben sich um einiges verbessert.